Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Wernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Woitschack Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen. Diesmal im Mittelpunkt die Psalmen 3 und 4. Blicken wir zunächst ganz kurz zurück auf Psalm 2. Dort ging es um die Ablehnung gegen Gott und seinen Gesalbten. Der Gesalbte steht hier für den hebräischen Begriff Messias bzw. für das griechische Wort Christos. Zur Zeit des Alten Testaments wurden Propheten und Könige gesalbt. Menschen, die Gott und seinen Gesalbten ablehnen, wollen also ihre Autorität nicht anerkennen. Menschen, die Gott und seinen Gesalbten, also Gott und seinen Messias, nämlich seinen Sohn, ablehnen, davon war in Psalm 2 die Rede. Die Psalmen 3 bis 7 schildern nun, wie aus dieser abwehrenden Haltung unter den Menschen Not entsteht. Psalm 3 macht deutlich, dass Errettung aus der Not unbedingt notwendig ist. Dann, ab Psalm 4, werden wir von Bedrängnis, Leid, Verwirrung und Sünden hören. Aber auch von Gebeten um Rettung, vom Vertrauen auf Gott und von Gottes Verheißungen. Das alles scheint für Gott ein wichtiges Thema zu sein. Ja, Leid und Bedrängnis sind etwas, wovon auch die Gläubigen betroffen sind, ganz gleich, wer sie sind oder in welcher historischen Zeitspanne sie leben. Der Trost in den Psalmen gilt daher allen Gotteskindern. Es ist möglich, die Psalmen auf mindestens zwei Ebenen zu betrachten. Zunächst die primäre Bedeutung. Sie liegt auf der Hand und bezieht sich im Psalm 3 auf Davids persönliche Erfahrung. Denn dieser Psalm ist zunächst mal ein persönliches Gebet Davids. Zugleich lässt sich aber auch ein Bezug auf Gottes Volk in der Welt und zu allen Zeiten feststellen. Anders ausgedrückt, im Psalm 3 begegnet uns Gottes Wort persönlich. Obwohl es sich formal um ein Gebet Davids handelt, das er in einer ganz bestimmten Situation gebetet hat. Da heißt es in Vers 1 gleichsam als Titel »Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh«. Der historische Bericht hierzu befindet sich im zweiten Buch Samuel in den Kapiteln 15 bis 18. Doch die Überschrift sagt eigentlich schon alles. Es geht darum, was in Davids Herzen vorging, als sein Sohn Absalom ihm nach dem Leben trachtete und als er aus der Königstadt Jerusalem fliehen musste, der sogenannten Stadt Davids. Somit war David ein Vertriebener seines eigenen Volkes, das er regierte. Absalom rebellierte gegen ihn und suchte ihn, seinen Vater zu töten. Unglaublich, dass dies seine Absicht war. Es brach Davids Herz, und uns fällt es in Psalm 3 gewiss nicht schwer, mitzufühlen und mitzutrauern. Auf Davids Flucht kam ein Feind entlang des Weges und verfluchte ihn sogar. Abishai, einer der Helden Davids, sagte daraufhin, »Sollte dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen, ich will hingehen und ihm den Kopf abhauen.« Aber David sagte, »Nein, er solle ihn fluchen lassen.« Möglicherweise erinnerte er sich an die früher ergangene Weissagung des Propheten Nathan, dass David die Strafe für seine Sünde tragen werde. Im zweiten Buch Samuel, Kapitel 12, Vers 11, sagt Nathan zu David, »So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause, und will deine Frau nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne.« Warum dies? David hatte schwer gesündigt und sollte nicht ungeschoren davonkommen. Gott hatte ihm gütig vergeben und ihn wiederhergestellt. Doch es blieb David nicht erspart, die Verantwortung zu tragen, das heißt, die Frucht seiner Sünde zu ernten. Er empfängt sie jetzt in Form der Rebellion seines eigenen Sohnes Absalom gegen ihn. Um David ist es schlecht bestellt. Er ist umgeben von unzähligen Feinden, und die Männer Israels folgen im Herzen Absalom. So steht es im zweiten Samuel-Buch, Kapitel 15, Vers 13. Absalom war ein attraktiver junger Mann und politisch versiert. Seine Versprechungen hörten sich sehr gut an in den Ohren des Volkes, auch wenn er nicht fähig sein würde, sie zu halten. In dieser Zeit des Aufstandes seitens Absaloms erhoben sich auch viele andere gegen David. Der König floh barfuß und weinend aus Jerusalem und überquerte den Bach Kidron. Weit und breit war keine Hilfe in Sicht. Auf diesem Hintergrund lese ich in Psalm 3, in den Versen 2 und 3, David schüttet wahrhaft sein Herz aus auf der Flucht aus Jerusalem. Viele meinten, er würde keine Hilfe bei Gott finden. Gott verließ ihn jedoch nicht. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum Gott an diesem Mann David festhielt. Für mich ist es ein Trost, denn wenn Gott den David nicht aufgab, dann wird er mich auch nicht aufgeben. Wir können einfach nur dankbar sein, dass Gott so ist und handelt. Er kommt mit solchen Leuten wie David zurecht, und jedem, der gläubigen Herzens zu ihm kommt und Buße tut, wird er vergeben. Dem widerspricht nicht, dass David die Konsequenz seiner Sünde dennoch tragen musste. Das Wörtchen Sela schließt den Ausruf Davids in Vers 3 ab. Über die Bedeutung dieses Wortes wurde schon viel und heiß diskutiert. Es taucht rund 70 Mal in den Psalmen auf. Ich meine, es hat etwas damit zu tun, dass die Psalmen als Musikstücke komponiert wurden. Bestimmt kamen Menschen von nah und fern nach Jerusalem, um die von Orchestern gespielten und von Chören gesungenen Psalmen zu hören. So kann Sela ein musikalisches Pausenzeichen für den Laien gewesen sein, eine Art Stoppschild, das besagt, halt, schau genau hin, höre. In meiner Kindheit in Texas standen solche Schilder an Bahngleisübergängen. Mein Vater hielt immer an, wir schauten genau und horchten, selbst wenn meilenweit kein Zug vernehmbar war. Sela erinnert uns im Wort Gottes daran, innezuhalten, genau hinzusehen und zu horchen. David ist in einer hoffnungslosen Lage, doch schon lesen wir in den darauffolgenden Versen 6 und 7 von einem krassen Gegensatz dazu. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. Aufgrund dieser Verse wird Psalm 3 auch als Morgenpsalm bezeichnet, und man kann wirklich gut den Tag mit ihm beginnen. Aber mehr noch, David vertraute auf den Herrn trotz aller aktuell bestehenden Probleme und Bedrängnisse. Er konnte nachts schlafen. Er vertraute auf den Herrn, bettete sein Haupt auf Gottes Verheißungen und schlief ein. Ich erwache, denn der Herr hält mich. Damit nicht genug. David fügt hinzu, ich fürchte mich nicht einmal vor vielen Tausenden. Oliver Cromwell, der berühmte englische Kämpfer gegen die absolutistische Herrschaft im 17. Jahrhundert, wird in der Geschichte als einer der mutigsten Männer betrachtet. Als er nach dem Grund für seine Furchtlosigkeit gefragt wurde, erklärte er, »Ich fürchte Gott, deshalb fürchte ich nicht die Menschen.« Die selbe Einstellung hatte auch Martin Luther. Hätten heutzutage mehr Menschen Gottesfurcht, würden weniger Menschen anderen die Füße küssen. Sie machen dies, weil sie Gott nicht fürchten. Gottesfurcht dagegen verleiht großen Mut. Fürchten wir Gott, müssen wir Menschen nicht fürchten. David vertraute auf Gott, so konnte er auch Gott bitten. Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Soweit der achte Vers in Psalm 3. Ein gebrochener Kiefer ist sehr schmerzvoll. Solch ein Schlag haut den Stärksten um. David wusste dies möglicherweise aus Erfahrung. Er spricht davon, dass Gott genau dies mit seinen Feinden macht und dass er ihre Zähne zerschmettert. Das heißt im übertragenen Sinne auch, sie konnten David nicht mehr verschlingen. Vers 9 ergänzt, bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk. Sela. Hilfe bei dem Herrn. Im Hebräischen fehlt ein Wörtchen wie ist, sodass die Worte Herr und Hilfe bzw. Herr und Rettung ganz dicht beieinander stehen. Wir befinden uns in einer großartigen Schriftstelle. Der Herr ist Hilfe, er ist Rettung, er ist der Urheber des Heils. Wenn David von Rettung sprach, dachte er keineswegs an etwas wie eine Münze, die man in die Hosentasche stecken kann. Und er ging auch nicht davon aus, dass man Rettung selber machen kann. Rettung oder Heil war für ihn eine Gabe von Gott. In diesem Sinne sagte David, Rettung ist bei dem Herrn. Und am Ende steht wieder das Wort Sela. Wir sollen innehalten, hinsehen, horchen. David trifft in Psalm 3 einige wundervolle Aussagen über Gott. In Vers 4 zum Beispiel nennt er den Herrn sein Schild. Gott deckt schützend diejenigen, welche zu ihm gehören. Das erinnert uns an den Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 16, wo steht, dass die Gläubigen den Schild des Glaubens nehmen sollen. Als erprobter Kämpfer wusste David einiges über die Handhabung eines Schildes. Außerdem bezeichnet David den Herrn als seine Ehre. Mit diesem Wort im Hebräischen meint David den um ihn gegenwärtigen Glanz Gottes. Das heißt gleichzeitig die Gegenwart Gottes. Wir denken zurück an die Wolke, wie sie über das Volk Israel ausgebreitet wurde, als ein sichtbares Zeichen der Gegenwart Gottes bei seinem Volk. Und so ist es heute für uns. Wir leben im Glauben und die Herrlichkeit, der Glanz, die Ehre Gottes ist mit uns. Den Seinen zeigt er sich real. David sagt auch, Vers 4, dass Gott der ist, der mein Haupt emporhebt. Gott ist sozusagen der Aufrichter. Was konnte das für David bedeuten? Wir wissen, Gott versprach, David ein Haus zu bauen, zu segnen, ihm Ehre und ein Königreich zu geben. Wir wissen für uns, dass Gott uns aufrichtet, wie niedergeschlagen wir auch sind. Psalm 3 ist einfach wunderbar. Lassen Sie uns nun direkt in Folge auf den ebenso wunderbaren Psalm 4 eingehen, denn hier schüttet David sein Herz aus im Gebet zum Herrn. Wieder bildet Vers 1 die Überschrift, dieses Mal ein musikalischer Titel. Er lautet, ein Psalm Davids vorzusingen beim Seitenspiel. Vers 1 leitet als Psalmtitel die erste von insgesamt 55 Anweisungen an den Vorsänger oder den Kapellmeister des Gottesdienstes ein. Das Seitenspiel ist ein weiterer Hinweis darauf, dass der Gottesdienst mit großem Chor und Seiteninstrumente den Neginot vom Vorsänger geleitet werden sollte. Der Psalmist beginnt mit einem lauten Ruf, ja, mit einem Schrei. Er ruft zu Gott, denn Gott ist stets die Zuflucht seiner Kinder in Zeiten der Not. Gott ist auch ihr Schild, wie wir gesehen haben. Ich lese diesen Ruf in Vers 2. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Der Begriff Angst weist darauf hin, dass es eng wird. Wo enge ist, entsteht Druck. Druck im Leben ist vielseitig und oft übermächtig, auch in unserer heutigen Zeit. Wir bedürfen der stärkenden Ermutigung, wie wir sie häufig im Wort Gottes finden. Nachfolgend lese ich Ihnen einige Kostproben. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. So heißt es im Psalm 145, Vers 18. Dann im Psalm 50, Vers 15. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. In Jesaja 65, Vers 24, verheißt der Herr, und es soll geschehen, ihr sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. In Psalm 18, Vers 7 steht, Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schrein kam vor ihm zu seinen Ohren. Psalm 55, Vers 17 sagt zuversichtlich, Ich aber will zu Gott rufen, und der Herr wird mir helfen. Und Psalm 86, Vers 7 bestätigt es noch einmal. In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören. Schließlich lesen wir in Psalm 91, Vers 15, die Zusage Gottes, Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. So könnten wir fortfahren. Eine Fülle herrlicher Verheißungen finden wir in der Bibel. Auch David, der Verfasser von Psalm 4, vertraut Gott und ruft ihn um Hilfe an. In Vers 3 fragt er, Ihr Herren, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Selah Lüge bedeutet Falschheit, das Gegenteil von Wahrheit und Treue. David ruft ihnen zu, Vers 4, Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Dies ist eine klare Aufforderung, zu Gott umzukehren. Und wie wunderbar ist Gott! Er wird unsere Gebete erhören. Es ist jedoch wichtig, zu was uns der Psalmist im Folgenden ermahnt. Zürnet ihr, so sündiget nicht. Redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Selah! Opfert, was recht ist, und hoffet auf den Herrn. Soweit die Verse 5 und 6. Im Neuen Testament erklärte es der Apostel Paulus den Gläubigen in Ephesus so. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. In unserem Psalm 4, ab Vers 7, drückt der Psalmist sein ungebrochenes Vertrauen aus. Wir sehen, dass er fest auf Gott vertraut und auch dadurch sicher ist. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Soweit die Verse 7 und 8. In der Tat sagen viele Leute, alles wird immer schlimmer. Wie sehr brauchen wir da den Herrn, dass er sein Angesicht über uns leuchten lässt? David ist wie jeder von uns. Ihn verließ der Mut in Zeiten der starken Bedrängnis. Er war umgeben von Ungläubigen und von seinem Volk, das ihn verspottete. Gott musste ihn wohl verlassen haben. Aber das hatte Gott nicht. Er tat etwas für David. Er füllte sein Herz mit übergroßer Freude. David erlebte Gottes gütiges Handeln an ihm. So gütig, sehr geehrter Zuhörer, handelt Gott auch an uns. David schreitet auf dem Weg des Vertrauens auf Gott sichtbar voran. Er bewegt sich dabei von Angst über Drangsal, Schmerzen und Verfolgung bis hin zu gesegneter Entspannung und Sicherheit. Der Abschluss des Abendpsalms, wie Psalm 4 gern genannt wird, gipfelt in dem abschließenden Vers 9. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Welch eine Sicherheit und Geborgenheit in Gott wird uns hier vermittelt. Heute und in Zukunft werden wir diese nötig haben in Zeiten großer Not. Gott ist unsere Zuflucht, bei ihm sind wir sicher. Gott schenkt Freude auch im Leid. Er vermittelt Geborgenheit, auch wenn die äußeren Gegebenheiten wirklich angsteinflößend sind. Mit diesem Gedanken verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen Gottes Frieden. Seien Sie gesegnet und geborgen in ihm.